Wollt man da untergehen in dem Wasser? Oh ne, oh ne, ich werde untergehen. Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh Wo? Boah. Ich bin ganz knapp nicht untergegangen. Ja, hier auch. Ich bin ganz gut für ein Zeitlimit, weil... ...so auch immer, aber damit man nicht ewig durch den Pumper fährt. Jetzt kommt hier ein Flugzeug. Ja, stimmt. Da oben sieht man's. Pack die Kerner mal! Und dann! Oh, scheiße.